Die Deutschen brauchen uns für ihre Identität, aber sie interessieren sich einen Scheißdreck für unsere Kultur. Deswegen der Gedanke der Desintegration. Wir spielen da nicht mehr mit. Die Farbe des Abends ist schwarz. Schwarz sind die Jeans, die die Schüler tragen. Schwarz sind zum Teil auch ihre Hemden und schwarz vor allem ist das Kapitel der Geschichte, das sie anprangern. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken, sprechen die Schüler im Chor. Die Todesvurge von Paul Celan wird inszeniert. Und es geht eben nicht um die Frage der empirischen, der echten Juden, sondern es sind diskursive Juden. Das sind Leute, die quasi eine jüdische Position, eine jüdische Rolle übernehmen im Gedächtnistheater, im Theater der deutschen Selbstkonstruktion. Und die Frage ist, warum spielen wir mit? Weil auch über das Täter-Dasein formuliert man eine Identität. Das Klischee des Deutschen ist, dass er tötet und das hat was mit der Shoah zu tun. Wenn wir bei den bösen, bösen Stereotypen sind, Juden haben irgendwas mit Geld zu tun, die Deutschen töten. Schabbat Shalom. Sag ich mal, um Leute zu ärgern. In ihren Blicken, was will sie damit sagen? Ist das so eine Art Ausschluss, warum tut sie mir das auf? Mal natürlich auch die feuchten Augen. In der Hauptfilm mein Gruß bedeutet, ich schließe sie ein, in den Kreis der Ausrede. Ich tue weder noch, ich habe damit angefangen, so wie ich Ige Celerbetano sage. Landsprache entfreundet mich auf meinen Davidstern an und sagte, er findet es toll, dass ich allen damit Fuck you sage. Das sagen also die Spiegel, wenn ich ich bin. Fuck you. Aber warum nicht? Hinter uns, zwei Generationen Trauer, Trauma und Angst, ist es nun nicht an der Zeit für Wut. Hier ist Jude Sauer, wir sind die Inglourious Poets. Wir haben den Krieg gewonnen. Bei Humberto Eco gibt es diese Stelle, wo im Foukurschen Pendel, wo die Leute eine Geheimgesellschaft erfinden. Und am Ende werden sie von dieser erfundenen Geheimgesellschaft umgebracht. Und ich glaube, dieser Kongress hat eine ähnlich performative Dimension. Er sagt, wir behaupten, es gibt die desintegrierten Jugend. Und wenn wir gut genug sind und wenn die Medien mitspielen, dann gibt es uns danach. Was passiert, wenn ich etwas, bevor es es gibt, behaupte? Und wie erzeuge ich Realitäten damit? Und wenn wir gut genug sind, wenn wir gut genug sind, wenn wir gut genug sind. Die, wo es kennen, weit nicht fliehen, Zeit, 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 Zeit. Ich bin ja immer dafür, dass man Kulturen feiert, nicht bespricht, sondern performt. Und dann können alle mitmachen, wenn sie es gut finden. Wenn sie keinen Bock haben, müssen sie es nicht machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Konzept von, ich will, dass sich die Leute wohlfühlen, zu streiten. Also, dass sie sich so sicher fühlen, dass sie wirklich rauslassen, was sie sagen wollen. Und dann können wir weitergucken. Und wenn ich dann doch mal an einem Sonntagvormittag mit 39 Grad Fieber und geschwollenen Lymphknoten vor einer Bereitschaftsärztin sitze. So einer 30-Jährigen, die alles richtig gemacht hat in ihrem Leben. Und deren Eltern, die auch alles richtig gemacht haben, in ihrem Leben sich erplatzen vor Stolz. Und die mir ihren Ring am Finger präsentiert, wie eine Trophäe, die vom Sieg der Normalen über die Perversen erzählt. Und deren Gesichtszüge ganz kurz entgleiten, als sie den Fragebogen überfliegt, den ich gerade ausgefüllt habe. Letzte Risikosituation? Vor einer Woche. Sexualpartner? Gleichgeschlechtlich. Bekannt oder anonym? Anonym. Art des Verkehrs? Anal. Aktiv oder passiv? Passiv. Wie genau? Mit Abspritzen. Ja, und noch bevor sie ihre Mimik wieder im Griff hat. In dieser kurzen Sekunde, bevor sie sich ihren mitleidig professionellen Ärztinnenblick wieder aufsetzen und mir raten kann, doch zukünftig mit meiner Gesundheit etwas verantwortungsvoller umzugehen. Also in dieser kurzen Sekunde, bevor sie sich die Fratze der Freundlichkeit und des gönnerhaften Herrschaftsblicks wieder aufsetzen kann, sehe ich ganz genau, wie ihr durch den Kopf schießt, du perverse kleine Sau in deiner abgewetzten Lederjacke. Ab ins KZ mit dir. Das Nichtwissen ist immer auch politisch. Die Dinge, die wir nicht denken können, die sind nicht nicht vorhanden, sondern die haben wir einfach nicht beachten können. Und der Kongress ist dafür da, Menschen, die sich selbst als Juden wahrnehmen, die sich als Juden verorten, kritische Instrumentarien bereitzustellen und ihnen Räume zu öffnen, indem wir gemeinsam erkunden, wo kann es eigentlich hingehen mit uns? Was wollen wir eigentlich machen? Was könnte ein Thema für eine dritte Generation sein? Was könnte auch eine Haltung sein? Was? Alter, ist das die Überlebensformel? Einfach zu sagen, ich bin ein Jude? Ja? Ja okay, wenn das so ist, dann bin ich der größte Jude, den ich jemals gesehen habe. Sobald wir anfangen, uns irgendwie zu bezeichnen, labeln wir uns. Wir drücken uns irgendwelche Aufkleber auf die Brust. Und glücklicherweise machen wir das inzwischen selber. Also in diesem Kontext dieses Desintegrationskongresses jedenfalls. Da wird mit Labels nur so um sich geworfen. Zum Glück. Aber das ist hier eine Reaktion darauf, dass diese Labels jahrzehntelang, jahrhundertelang von anderen Leuten aufgedrückt wurden. Und natürlich vor allem den Juden. Und zwar wirklich physisch. Und übrigens natürlich auch den Schwulen und den anderen Perversen und den Asozialen und den Kommunisten. Also alle Leute, die irgendwann hier irgendeine Form von Winkel auf ihrer Kleidung tragen mussten. Wissen Sie, was ein DDON ist? Ich bin ein Jude, Mann! Ich bin ein Jude! Ich bin ein Jude! Ich bin ein Jude! Will man diese Labels abschütteln? Ich glaube nicht, dass unbedingt die Lösung darin besteht, dass man die Labels los wird und dass man sagt, wir sind alle gleich. Sondern es geht darum, die Diversität zu feiern. Also die Labels ruhig alle zu nehmen, sie sich alle draufzupacken. So wie ich, wenn ich sage, ich bin jüdisch und deutsch und cis und queer und schwul und lebe in der Schweiz. Diese ganzen Labels, für die man was kann oder man kann nichts dafür. Wir wollen uns kennenlernen. Wer ist die dritte Generation? Wer sind die frischen Radikalen da draußen, die viele Sachen machen? Es wird sehr viel publiziert. Es ist ja nicht so, dass wir unsichtbar sind. Wir machen sehr unterschiedlichen Krams auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichem Impetus und auch Zielen. Aber wir müssen uns treffen. Wir brauchen Räume, in denen wir uns besprechen können, ohne diese Vereinnahmung von außen. Weil die ist die eigentliche Bremse. Ich würde sagen, die ist das eigentliche Problem, weil Probleme sind viele. Aber die eigentliche Bremse ist, dass man überhaupt gar keine Zeit hat, zu überlegen, wer man ist und wer man sein möchte in der Zukunft. Weil alle schon meinen, etwas zu wissen. Die Provokation gilt nur für die Leute, die diese Erfahrung noch nie gemacht haben, nicht gemeint zu sein. Die fühlen sich ausgeschlossen aus einem Diskurs. Diese Leute sagen, wir sind doch alle gleich, wir sind doch alle Menschen. Warum macht ihr ein Wir und Ihr daraus? Weil sie nie erfahren haben, dass man als dieses Ihr ständig diskriminiert wird. Nur solche Leute können sich überhaupt leisten zu sagen, wir sind alle gleich. Wir sind nicht alle gleich, aber das ist gerade das Geile daran. Ein DDON ist ein definitiver Depp ohne Nationalität. DDON! 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 Zunächst ist der Begriff der Rache erstmal eine Gegenfigur zu der Opferposition. Und das hat ganz viel mit meinem Nachdenken über das Gedächtnistheater zu tun. Also über die Tatsache, dass Juden und Deutsche unterschiedliche Rollen spielen in der Öffentlichkeit. Und die Frage, wie kann man eigentlich diese Rollen queeren, wie kann man eigentlich dagegen gehen. Und es ist auch ganz persönlich eine Erkundung der Frage, warum war für mich eigentlich Inglourious Bastards, dieser Tarantino-Film, so eine wahnsinnige Befriedigung. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich in mir schon immer Gewaltfantasien habe gegenüber Nazis. Und schon immer das Gefühl habe oder mir vorstelle, wie ich mich wehre und wie ich Menschen die Gliedmaßen abschlage oder die Augen ausreiße oder so. Das ist aber nur, das ist eine Dimension und die ist total wichtig. Dass ich glaube, es liegt etwas Ermächtigendes in dieser Fiktion der Rache, die ja auf verschiedenen Ebenen nicht mehr möglich sein wird. Sind Sie da? Vielleicht heute zehn stramme Nazis! Nationalsozialisten wohl rein im Blut ist, die für mich beten könnten, um mich von diesem Dimmungsüberfreien! Ein paar Stimmengeraden hast! Ein paar Freibahler! Keiner? Hat jemand Nationalsozialisten in der Familie gehabt? Ja! Ich hatte die Idee, dieses Buch als Act oder Performance zu verbrennen, sobald ich gehört habe, dass das Buch wieder in Druck kommt. Die zwei Sachen sind absolut verbunden. Sechs Millionen Deutsche! Tod jedem miesen Nazi-Schwein! Sechs Millionen Deutsche! Da war viel Spannung in dem Raum um dieses Thema, weil die Rache ein wichtiges Thema in der jüdischen Tradition ist. Aber Rache bedeutet, den anderen verletzen zu wollen, ihn büßen zu lassen. Wenn es überhaupt eine Rache geben kann, aber die gibt es für mich auch nicht, denn es gibt einen Gegenbegriff zur Rache, das heißt Gerechtigkeit. Ich versuche unter menschlichen Gesichtspunkten jemanden zur Verantwortung zu ziehen, also ihm menschlich geordnet, mit all seinen Möglichkeiten sich zu verteidigen, vor ein Gericht zu stellen. Wenn man aber beim Rache-Gedanken bleibt und dann sogar überlegt, dass man die nächste oder die übernächste Generation verantwortlich macht, und da sind wir beim Begriff der Sippenart, dann ist Rache ein furchtbar zerstörerisches Motiv, das nicht legitimierbar ist, nie legitimierbar ist, weil es neues Unrecht schafft. Ja, aber Morality ist nicht eine Frage von darf, und das ist eine sehr interessante Sache zwischen der deutschen Kultur und meiner eher amerikanischen Perspektive. In Amerika gibt es vieles, was man darf, was falsch ist. Wenn man das als falsch bezeichnen will, habe ich kein Problem damit. Aber es ist wichtig, dass man das darf. Und meine Meinung ist, wenn man das Buch pressen darf, dann darf man das auch verbrennen. Sind wir die, die zu verurteilen haben? Es geht um Ausgleich. Rache. Na klar. Aber dass es diese Rache-Gefühle gibt, natürlich gibt es sie. Wo wären wir denn, wenn es sie nicht gäbe, dann wären wir ja auch nicht mehr Menschen. Die Frage besteht doch nur darin, wie kanalisiere ich ein doch letztendlich aggressives, destruktives Gefühl in eine konstruktive Handlung. Das ist verdammt anstrengend. Und ich kann jeden verstehen, der irgendwann mal doch schreit und sagt, Rache, das ist in Ordnung. Wenn er die Tür aufmacht oder sie, dann war es das aber auch. 6 Millionen Germans, you might say it was insane, 6 Millionen Germans. But what becomes of a dream to burn, 6 Millionen Germans? Who are we to judge and condemn, 6 Millionen Germans? They wanted one thing, to come revenge. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in der Art und Weise, wie ich mich mit Rache in meiner Lyrik beschäftige, dass darin ein interessanter Sprechmodus eigentlich auftaucht, nämlich der des Bannspruches. Ein Sprechmodus übrigens, der in der Geschichte des Antisemitismus eine große Rolle spielt. Der Antisemitismus ist im Prinzip in seinen Grundlagen eine Geschichte einer Verbannung oder einer Verfluchung. Jesus verflucht die Juden, Gott verflucht die Juden und sagt, ihr werdet für immer das gequälte und geknechtete Volk sein, weil ihr habt mich nicht erkannt. Und im Kleinen, Jesus verflucht den Juden, der ihm kein Wasser gibt und sagt, du wirst für immer gehen, bis ich wiederkomme. Aber bis ich wiederkomme und dann wirst du wieder erlöst, weil dann wirst du meine Wahrheit bekunden. Und mich interessiert die Aneignung dieses Mythos und dieses Sprechens. Und bei meinen Recherchen bin ich auf nochmal durch das Wintermärchen von Heinrich Heine gegangen. Und ganz am Ende sagt er im Prinzip, Fürst, pass auf, wen du beleidigst. Du kannst alle beleidigen und du kannst sogar Gott beleidigen und am Ende wirst du vermutlich aus der Hölle befreit, wenn Jesus zurückkehrt und alle Menschen erlöst. Aber beleidige bloß nicht die Dichter. Weil wenn du die Dichter beleidigst, dann kommst du in die Hölle von Dante und da kommst du nie wieder raus. Weil Dante kehrt nicht zurück. Und ich glaube, es gibt in doppelter Hinsicht, ist es richtig für diese Rache, die mir vorschwebt. Einerseits, weil es ja wirklich so ist, dass die Vernichteten nicht zurückkehren werden und darum keine Form von Erlösung für diese Täterfiguren passieren wird. Und diese Täterfiguren haben deutlich mehr getan, als einen Schluck Wasser zu verweigern. Und gleichzeitig das Einlösen dieser heinischen Drohung. Ich finde, Heiner hat sehr deutlich gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich finde, nach dem 20. Jahrhundert ist es jetzt mal an der Zeit zu sagen, okay, sorry, aber dieser Zug ist jetzt einfach abgefahren. Also wie lange sollen wir denn hier noch Geduld haben mit diesen Frechheiten? Und mit dieser Aggression und Gewalt? Also es wird sozusagen Zeit, die heinische Drohung einzulösen. Der Kampf der Minderheiten gegeneinander ist ja dieses klassische Prinzip der Divide-at-Impera-Politik. Und wir leiden ja alle darunter. Nicht zuletzt war der Ausspruch von Josef Schuster für mich ein Beweis dafür, als er sich eben gegen die Muslime positioniert hat, beziehungsweise gegen die Geflüchteten. Wie auch immer, ich will diese Debatte hier gar nicht aufmachen, aber es war für mich ein klares Zeichen, wie Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden. Und wir sind natürlich in die Ecke gedrängt. Und dann kommen diese Vergleiche von, wer hat mehr Macht. Wie schaffen wir es eigentlich, all diese unterschiedlichen Menschen, die jetzt schon die Mehrheiten in diesem Land ausmachen, und durch die Millionen Flüchtlinge sind wir noch mehr geworden, hervorragend, wie schaffen wir es, die eigentlich zusammenzubringen. Und da muss, glaube ich, jede Community oder jede Gemeinschaft selber gucken, was brauchen wir gerade, um auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu können. Und ich glaube, auf jüdischer Seite brauchen wir definitiv eine Reflexion darüber, auf welche Weise wir mit diesem Leitkulturgedanken eigentlich verknüpft sind und auf welche Weise wir mit dieser deutschen Position eigentlich verknüpft sind. Das ist sozusagen die genuin jüdische Frage. Vielen Dank. So, wenn du dich an, wie wir ein Wir formen, vielleicht ist es nicht eine positive Sache, zu sagen, weil es nicht definiert wird von Inaktion, sondern eher von Inaktion. Aber zu sagen, ich werde nicht mit diesem Art von Dividen und Konkurren mit mir gegen eine andere Minorität schicken, aber zu suchen, zu finden, man mit ihnen zusammenarbeiten. Es gibt auch Allianzen, die es einem einfach ermöglichen, alleine das zu tun, was man selber macht. Also ich muss nicht Hand in Hand mit Leuten auf die Bühne gehen, damit das, was ich mache, irgendwie einen gesteigerten Wert hat. Und es wird mir auch nicht dadurch ermöglicht. Das ist ja nochmal so eine Sache. Sondern wenn, entscheidet ja letztlich nicht die Allianz über die Qualität meiner Arbeit, sondern die Qualität meiner Arbeit entscheidet über die Allianz. Und gleichzeitig geht es bei Allianzen auch um die Frage, gibt es Strategien, die wir austauschen können? Neben, also, es gibt Verortungsprozesse in der Gesellschaft, wie gehen wir unterschiedlich damit um? Und da ist es gar nicht so wichtig, ob alle die gleiche Politisierung mitbringen. Sondern die Frage ist eher, wie geht ihr mit Dingen um, die euch entgegengebracht werden? Egal, ob ihr euch selbst als politisch versteht oder nicht. Tatsächlich auch immer nochmal das eigene Bild zu hinterfragen und sich klarzumachen, dass man Stereotypen hat und dass man Unwissen hat. Das muss ich mir ja selber auch klar machen. Ich kenne die anderen ja auch nicht. Aber dann muss ich das zumindest also auch als einen aktiven Versuch unternehmen. Meine Kultur in Zusammenhang mit anderen Kulturen, in Spannung mit anderen Kulturen zu performen, zu diskutieren, zu gucken, wohin will ich es eigentlich treiben? Ich meine, ich könnte jetzt eine gläubige Orthodoxe werden. Ich könnte auch alles ablegen, konvertieren und sagen, ich meine, ich glaube nicht, dass man Judentum ablegen kann. Aber ich sehe nie wieder einen jüdischen Witz. All das werden immer noch Performances einer jüdischen Kultur. Und ich glaube, das ist ein sehr dynamisches, mobiles Produkt. Ich verstehe, dass die meisten schwindelig wird, weil sie denken, boah, nichts steht fest, ihr habt keine Sprache, ihr habt kein Land, ich weiß nicht, wie ihr ausseht, ich weiß nur, was ich nicht sagen darf. Und ich finde es total aufregend und ich finde es total gut. Ich glaube, das ist doch eigentlich ein 20. Jahrhundert. Das gilt doch eigentlich für die meisten Kulturen. Das ist doch das, was in Europa gerade brennt. Wer sind wir? Wer sind die Deutschen? Who the fuck cares? Die Frage ist doch, wer wollen wir sein? Was soll dieses Wir werden? Für mich bedeutet Desintegration, Fragen zu stellen, die nicht mehr gefragt werden sollen und die nicht mehr gestellt werden sollen und Dinge immer und immer wieder zu sagen, obwohl man sie nicht mehr hören will. Und ich glaube, das ist auch das, was auch hinter diesem Kongress steckt, dass wirklich das Interesse, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und da geht es ja überhaupt nicht mehr um die Frage, war das jetzt schlimm oder haben wir noch Schuld oder sowas, sondern macht doch mal eure Augen auf. Ihr habt blinde Flecken, wir haben alle blinde Flecken, lassen Sie doch irgendwie gemeinsam bearbeiten. Auf Augenhöhe zu respektieren, dass jemand eine andere Meinung hat, eine andere Sichtweise hat, nicht zu glauben, dass die eigene die einzige ist, zu verstehen, dass das Ausrufezeichen für das Denken die größte Gefahr bedeutet und dass das Fragezeichen die größte Herausforderung ist, bleibt und immer sein wird. Und das heißt, sich auf den Weg zu machen. Siehst du, da wachen Leute auf, selber was zu sich zu sagen, und dafür müssen sie nicht Jüdinnen sein. Das ist dann uninteressant. Das Wichtige ist, als was sehen sie sich gerade. Das inspiriert ja auch, was zu sich zu sagen und zu gucken, wo stehe ich eigentlich in dieser Geschichte. Muss ich ja nicht verantworten, wofür will ich überhaupt Verantwortung übernehmen? Was ist denn mit Europa heute? Weil wir reden über das jetzt, wir reden über das 21. Jahrhundert. Ich bin es leid, über die Verbrechen der letzten Jahrhunderte zu reden. Ich meine, die haben was damit zu tun, mit dieser Scheiße, in der wir dieses Jahrhundert hier angefangen haben. und wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Gleichzeitig finde ich, wir gucken viel zu wenig dahin, was dieses heute ausmacht. Ich meine, ich kann meine Zeit versuchen, mich zu erklären, zu allen fucking Leuten, die ich kenne, oder ich kann sie in kleinen Gruppen sammeln, und ich kann mich zumindest zu 50 von ihnen durch meine Musik erklären, Das heißt, der Kongress arbeitet sozusagen in zwei Richtungen. am wir und am ihr. Und dazwischen probieren wir einen Raum zu bauen, und ich glaube, es ist vielleicht genau der Raum, den ich auch für Kunst sehen würde, zwischen dem wir und dem ihr zu sitzen und in beide Richtungen Tunnel zu treiben und die mit Sprengstoff zu laden und ab und zu zu zünden, damit die Sache quasi unsicher wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.